Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so eine Steckdose an einen bestehenden, einfachen Lichtschalter nachträglich richtig anschließen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zu Beginn noch der Hinweis, da wir hier jetzt an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hier sind spezielle Videos an dieser Stelle einfach sinnvoller. Und wenn wir dann das Ganze von unserem Stromnetz genommen haben und es somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltblatt an, wie es bei mir dahinter gerade ausschaut. Bei mir handelt es sich um eine einfache Ausschaltung. Wir kommen mit einer 3-artigen Leitung, 3x1,5mm² zu unserem Lichtschalter hier hin. Und von dort aus geht es auch mit einer 3-artigen Leitung weiter zu unserer Lampe. Der blaue Neutralleiter wird von der Zuleitung direkt auf unsere Lampe geklemmt. Genauso unser grün-gelber Schutzleiter hier. Und der meistbraune Außenleiter geht erst einmal in unseren Lichtschalter hinein, bei der Eingangsklemme L. Und von dort aus geschalten weiter zu unserer Lampe. Um hier jetzt noch nachträglich eine Steckdose anschließen zu können, müssen wir eigentlich gar nicht so viel verändern. Auch wenn es am Anfang etwas kompliziert ausschaut. Der blaue Neutralleiter von meiner Steckdose wird direkt hier oben bei unserer Zuleitung angeklemmt. Genauso unser grün-gelber Schutzleiter hier. Und der braune Außenleiter wird derzeit hier beim Lichtschalter auf meiner zweiten L-Klemme angeklemmt. Bedeutet, diese sind ja elektrisch miteinander verbundene, weswegen wir hier sozusagen abzweigen können. Und wenn du jetzt übrigens Angst hast, dass hier eine Steckdose bis 16 Ampere ausgelegt ist und so ein Lichtschalter hier nur bis 10 Ampere, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen, da wir ja den Außenleiter hier nicht erst über unseren Schalter drüber geben, der wo einfach dieser gefährliche Teil mit 10 Ampere ist, sondern wir davor ja schon abzweigen. In der Praxis müssen wir erstmal die Blende von unserem Lichtschalter runter machen. Hierfür das Ganze mit der einen Hand leicht nach vorne ziehen. Dann komme ich mit einem flachen Schraubendreher nämlich auch schon hier runter. Und ich kann ja mal diese Blende hier vorne auch schon abnehmen. Wichtig ist, man sollte nicht zu viel hebeln, da man natürlich den Rahmen beschädigen würde. Dasselbe Spiel mache ich jetzt auch hier bei meiner Wippe mal. Die eine Seite ist draußen, die andere folgt natürlich gleich. Und wenn die Wippe draußen ist, dann kann ich auch schon meinen Rahmen hier entfernen. In meinem Fall ist der Schalter in einer Hohlwanddose eingebaut, weswegen ich auch sicher hier zwei solche Schrauben oben und unten habe, die wo ich jetzt etwas lösen kann und somit meinen Schalter auch schon hier herausziehen kann. Wenn du eine Unterputzdose hast, dann kann es auch sein, dass du hier außen noch zwei Schrauben hast, die einfach zwei solche Krallen nach außen auffahren. Und dann musst du einfach diese Schrauben gegen den Uhrzeigersinn etwas drehen und du kannst den Schalter auch rausnehmen. Als nächstes entferne ich dann meine Außenleiter, indem ich hier einmal drauf drücke und somit die Klemme auch durch leichtes Hin- und Herbewegen lösen kann. Dasselbe Spiel mache ich unten übrigens auch. Und hier hinten kann ich meinen grün-gelben Schutzleiter und auch meinen blauen Neutralleiter rausnehmen und diese Klemmen ebenfalls durch Drehen normalerweise relativ gut entfernen. Ich in meinem Fall habe jetzt übrigens auch schon eine Steckdose hier im Fachgericht angeschlossen und die entsprechende Leitung in meine Hohlwanddose hineingelegt. Wenn du das Ganze noch nicht gemacht hast, dann am besten mal das entsprechende Video auf meinem Kanal dazu anschauen, wie man eine Steckdose fachgerecht anschließt. Und noch als kleiner Tipp, wenn du dir nicht sicher bist, welche Leitung zum Beispiel zu deiner Lampe jetzt geht oder was deine Zuleitung ist, dann beim Ausbau von dem Lichtschalter unbedingt ein Bild von der Rückseite machen, welcher Leiter jetzt hat, wo genau drauf geht. Jetzt mantel ich meine Leitung aber erst einmal um circa 10 cm ab und achte darauf, dass ihr hinten noch 1 cm ungefähr in die Hohlwanddose reinschaut, um einfach die entsprechende Zugentlastung zu haben. Danach lege ich mir meine drei blauen Neutralleiter und auch meine drei gelb-grünen Schutzleiter nebeneinander, gebe das Ganze etwas hier hinten in die Hohlwanddose, um genügend Reserve zu haben, kann es noch leicht nach oben umbiegen und wenn jetzt zum Beispiel die Länge nicht gleichmäßig wäre, dann müsste ich diese zwei hier auch noch etwas kürzen. Bei mir schaut das aber gut aus, weswegen ich hier das Ganze jetzt auch schon auf 11 mm abisolieren kann. Sobald wir das haben, gebe ich die drei grün-gelben Schutzleiter einmal in eine Klemme hinein und mache das selbe Spiel mit den blauen Neutralleitern auch. Wenn alles fest ist, muss ich meine beiden Klemmen mal in meine Hohlwanddose nach oben schauend hineingeben. Wichtig hierbei ist, dass die Hohlwanddose bzw. auch Unterputzdose natürlich auch tief genug hierfür sein muss. Jetzt muss ich nur noch meine entsprechenden Außenleiter richtig an den Schalter anbringen. Zum einen habe ich hier mal meine Zuleitung, welche direkt auf L drauf geht, dann sind diese zwei Klemmen ja wie gesagt elektrisch miteinander verbunden. Bedeutet, dass hier mein Außenleiter ist, der wo zur Steckdose rüberführt und hier unten wird das Ganze geschaltener. Bedeutet, dass hier noch mein Außenleiter ist, welcher jetzt hoch zur Lampe geht. Natürlich muss dein Schalter hier um 180 Grad gedreht sein, dass er Richtung Hohlwanddose schaut. Ich habe es jetzt nur mal so angeschlossen, damit man es einfach besser erkennen kann. Denn diesen Außenleiter hier unten, welcher geschalten zur Lampe hochgeht, den habe ich jetzt nach rechts unten angeklemmt, also so quer gegenüber zu unserer Zuleitung. Es hat einfach den Sinn, dass mein Schalter, also mein Licht jetzt im Moment aus ist und sobald ich den Schalter nach unten betätige, wird das Licht angeschalten, so wie es normalerweise auch sein sollte. Und wenn ich den Außenleiter hier links drüben jetzt anschließen würde, dann wäre im Moment das Licht aus und jetzt wäre es an. Bei mir passt es aber soweit, weswegen ich ja mal hier diesen Einsatz auch richtig einsetze und jetzt habe ich ja eine Hohlwanddose, weswegen ich das Ganze noch schön mit einer Wasserwaage am besten oder mit diesen vorgefertigten Strichen ausrichte und dann kann ich auch schon die obere und meine untere Schraube wieder anziehen. Zum Schluss noch den Rahmen wieder aufsetzen, danach meine Wippe richtig rum eingeben, bis sie überall auch schön eingeklepst ist und dann muss ich auch noch hier diese Blende natürlich richtig rum aufsetzen und somit ist der Lichtschalter nämlich auch schon wieder drauf. Wenn ich jetzt wieder Spannung auf meine Anlage draufgebe, kann ich sofort erkennen, dass bei der Steckdose 230 Volt anliegen und auch der Lichtschalter funktioniert einwandfrei. Und das Wichtigste ist natürlich, selbst wenn ich hier am Lichtschalter schalte, dann liegen immer auch 230 Volt bei meiner Steckdose an. Und somit haben wir auch schon so eine Steckdose jetzt nachträglich an einen einfachen Lichtschalter angeschlossen. Wenn du für zu Hause jetzt über seinen Lichtschalter eine Steckdose oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal hier unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu einem Produkt nach Amazon. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.